Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch eigentlich geht es gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 29.900 US-Dollar. Also wir haben uns relativ wenig verändert, sag ich jetzt mal, in den letzten Tagen. Deswegen gab es gestern auch kein Update Video, hat im Endeffekt nicht viel gebracht. Ansonsten bevor wir durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Wie gesagt, momentan 29.900 US-Dollar. Wir haben unseren Downtrend erst einmal durchbrochen, sind aber auch hier erst einmal an unserem ehemaligen, in Anführungszeichen, Downtrend, erst einmal ein bisschen noch konsolidiert, bevor wir jetzt wieder so einen kleinen Schub nach oben hinbekommen haben. Volumen, absolut Mangelware. Und trotzdem bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob dieser WIC hier unten auf jeden Fall noch gefüllt wird. Problematisch ist, wir sind hier auf dem Bybit-Chart. Da ging der WIC auf jeden Fall bis 25.300 US-Dollar. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Binance-Chart an. Und da sehen wir natürlich komplett was anderes. Da ist der WIC nämlich nur bis 26.600 US-Dollar gegangen. Das ist eben auch der Grund, warum ich meine Orders relativ wieder rausgeschmissen habe, die da unten drin waren. Beziehungsweise sogar noch mal ein bisschen minimiert hat. Aber trotzdem hier weiterhin davon ausgeht, dass wir diesen WIC hier auf jeden Fall nochmal füllen konnten. Deswegen bleiben wir jetzt heute mal beim Binance-Chart. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons sind weiterhin Widerstand. Was wir jetzt hier ein bisschen feststellen können, ist, okay, wir könnten jetzt hier so ein kleines Inverse Head & Shoulders nach unten hin bilden. Breakout-Target können wir uns auch mal noch gleich dazu anschauen. Sollte es wirklich positiv ausfallen, wären wir bei ungefähr 35.200 US-Dollar. So, jetzt ziehen wir uns mal noch das FIP-Level dazu. Von unserem letzten Höchstpunkt bei ungefähr 40.000 US-Dollar bis zu unserem Tiefpunkt. Und dann passt es genau mit unserem Golden Pocket überein. Und das wird dann, sage ich mal, die Zone entscheidend sein. Kriegen wir unser kleines Reversal, das wir wirklich hier heute im Laufe des heutigen Tages noch ausbrechen. CME-Gap ist bei ungefähr 30.065 US-Dollar. Heißt, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial ein bisschen nach oben hin zu steigen im Laufe des Tages oder vielleicht morgen früh erst. Dann nach oben hin in das Golden Pocket auszubrechen. Und dann vielleicht eine letzte Verkaufswelle nochmal zu bekommen. Und dann wirklich hier nochmal in den Bereich von 24.500 US-Dollar zu gelangen. Ich halte das auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen, dass wir nochmal so tief runterkommen. Momentan so von der ganzen News-technischen Seite, von dieser bearischen Seite. Andererseits haben wir BTC-Longs, die können wir uns gerade mal angucken. Einfach mal, damit ihr das gesehen habt, die momentan extrem explodieren. Also ihr seht es hier ganz gut, gut jetzt die letzten 2-4 Stunden Candles ein bisschen konsolidiert. Aber jetzt schaut euch das einfach mal auf den Daily Chart an. Die sind explodiert in den letzten Tagen. Wir haben Höchstpunkte, also die haben wir die letzten 3-4 Jahre nicht mehr gesehen. Beziehungsweise hatten wir noch nie auf diesen Höchststand. Normalerweise, Beispiel, 21. Juli, 22. Juli rum, 21. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz den Chart an dazu. Und vergleichen das nochmal. Also merkt euch, 22. Juli. Und da waren wir hier unten an unserem Tiefpunkt angelangt von unserer Korrektur und sind dann nach oben hin bullisch ausgebrochen. Natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Stunden oder Tage jetzt explodieren oder so. Aber es könnte so ein kleines Anzeichen sein, dass viele, viele long gegangen sind. Auch hier unten in diesem Bereich. Vielleicht wirklich unser Golden Pocket, der Bereich von 35.000 US-Dollar noch einmal angelaufen wird in den nächsten Tagen. Und dann vielleicht ein erneutes und vielleicht dann auch letztes Reversal kommt. Auf dem Daily Chart schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Sehen wir immer noch so eine minimale Bullish Divergence, die aber noch nicht wirklich ausgespielt hat. Beziehungsweise der ich auch noch nicht so wirklich vertraue. Also ich bin immer noch ein bisschen so ein bisschen pessimistisch unterwegs aufgrund dieser großen Wicks hier unten. Und die gefallen mir eben nicht. Das ist genau das Problem, was ich momentan hier sehe, vor allem auf dem Daily. Die ganzen Wicks, die wir hier drüben hatten oder hier, die wurden alle wiederum immer wieder gefüllt. So, jetzt gehen wir mal auf den 4-Stunden-Stand. Einfach nur, damit ihr so ein bisschen meine Gedanken nachvollziehen könnt. Gleiches Spiel im Endeffekt auch hier. Riesen-Wick wurde früher oder später gefüllt. Gleiches Spiel hier drüben. Wick, Wick, Wick. Alle wurden immer wieder gefüllt. Warum sollte genau dieser Wick jetzt hier unten nicht mehr gefüllt werden? Das ist so die Frage, die ich mir momentan ein bisschen stelle. Aber gut, heißt ja nicht, dass es einfach, könnte vielleicht das erste Mal sein, dass dieser Wick nicht gefüllt wird. Es sind 5-6%, die nicht gefüllt wurden. Bei Bybit sind es halt 10%. Das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen, wer in Longs ist, immer ein bisschen aufpassen. Lieber nochmal mit kleineren Hebeln. Und vor allem immer mal ein bisschen Profite nehmen nach oben hin. Also hier oben spätestens sollte dann Stop-Loss im Gewinn sein, wer das überhaupt traden will. Ansonsten werde ich mir meine Position, sollten wir hier unten nochmal kommen, erst dann langsam aufbauen. Weil ganz ehrlich, die Chance, dass wir einfach doch nochmal in den Bereich von 24.000 US-Dollar kommen, ist gewaltig. Und nicht nur das. Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall sehe ich uns auch nochmal hier unten in diesem Bereich zwischen 22 und 24k. Ausschließen möchte ich es nicht. Deswegen lieber mal ein bisschen auf Nummer Vorsicht gehen. Kurzfristig, Inverse Head & Shoulders könnte Bullish nach oben hin ausbrechen. Preisziel 35k, Golden Pocket. Und dann die nächste Abverkaufswelle. Werden wir dann sehen, was ausspielt. Aber gut, momentan kurzfristig Bullish. Midterm würde ich sagen, immer noch ein bisschen vorsichtig. Und könnten wir auf jeden Fall nochmal eine Korrektur sehen. Schauen wir uns Ethereum an. Im Endeffekt gleiches Spiel hier. Auch riesiger WIG hier nach unten hin. Aber auch nur auf dem Bybit-Chart, das muss man immer dazu sagen. Bybit aber eine riesen Exchange, deswegen würde ich es nicht unterschätzen. Wir haben aber auch hier schon Probleme mit so einer 1-Stunden-Supply-Zone. Und direkt darüber ist die nächste. Und was wir auch hier sehen, kein Inverse Head & Shoulders, so wie bei Bitcoin. Also eher hier so eine komplette Seitwärtsphase. Also Ethereum entkoppelt sich nicht. Konnte sich zwar schneller erholen, geht jetzt aber in eine deutliche Seitwärtsphase mit absolut abfallendem Volumen. Deswegen Altcoins momentan zu traden, ist nicht mein Ziel. Eher Richtung Bitcoin zu gehen, weil die Altcoins einfach momentan noch zu viel Korrelation haben mit Bitcoin. Gleiches Spiel auch hier. Hier, krasser Abverkauf, Volt wurde gefüllt und dann sind wir hier sofort bei Cardano in die 4-Stunden-Supply-Zone gekommen. Und haben sofort wieder unseren Abverkauf gesehen. Also kurz reingedippt und sofort wieder abverkauft, Korrekturwelle nach unten hin. Und jetzt wird dann vielleicht früher oder später ein neuer Anlauf folgen. Trotzdem, auch wenn ich jetzt schon wieder von vielen gehört habe, okay, ja, wir haben jetzt hier so ein tolles W-Pattern. Ganz ehrlich, würde ich nicht danach gehen. Ist einfach zu früh. Ich würde jetzt einfach an eurer Stelle nochmal das Wochenende abwarten. Vielleicht den Montag auf jeden Fall noch, weil wir da doch oft ein Falls-Move-Monday haben. Also das heißt, der Kurs dreht in die komplett andere Richtung. Würde vielleicht zu den 35k passen, dass wir erst nach oben ausbrechen am Montag und am Dienstag dann Reversal kriegen nach unten hin. Vielleicht das letzte Reversal. Vielleicht sind wir schon wieder fast außerhalb vom Bärenmarkt. Müssen wir dann schauen. Ansonsten XRP persönlich auch nachgekauft. Auch hier Riesen-Wig. Also ihr seht hier diese Wigs hier überall. Egal in welchen Chart wir uns hier angucken. Jetzt haben wir mal XRP. Was können wir uns da noch angucken? Litecoin. Gleiches Spiel auch hier. Huch, das wollte ich nicht. So. Gleiches Spiel auch hier. Wieder ein Wig, ne? Also da ein bisschen aufpassen. Heißt jetzt nicht, dass die unbedingt gefüllt werden müssen. Aber ich sage mal zu 99% werden die früher oder später gefüllt. Und das ist eben das, was mich momentan noch ein bisschen pessimistisch macht. So. Dann schauen wir uns noch unseren Lieblingscoin an. Luna. Und zwar nochmal so ein bisschen als kleine Warnung an euch alle da draußen. Wir hatten gestern, also ich muss hier ein bisschen reinzoomen, weil sonst sieht man überhaupt nichts. Wir hatten gestern nochmal ein deutliches Reversal. Ich habe auch gestern schon mal in der Telegram-Gruppe eine Warnung rausgegeben. Springt bitte nicht mit eurem ganzen Ersparten hier in Luna rein. Auch wenn da jetzt wieder News kommen. Es gibt einen Haufen Fake-Accounts auf Twitter und so, die euch versuchen. So ein Jahr, Luna, es gibt eine Lösung und Luna auf wieder 100 Dollar und so einen Scheiß. Nehmt das bitte nicht zu ernst. Also ganz ehrlich, das reine Zockerei. Ich habe gestern auch oder vorgestern 15 Dollar rein. Das ist halt dann deutlich, waren glaube ich 5 oder 6 Exibus dann gemacht in kürzester Zeit. Bin aber auch wieder raus. Und vor allem mit 15 Dollar, da tut es nicht weh. Aber wenn da manche Leute wieder 100, keine Ahnung, mal übertrieben, die wenig Geld haben, vielleicht 100 Dollar reinstecken und sagen, okay, das ist so mein letzter Erspartes oder so, saue ich jetzt einen Luna rein. Bitte macht es nicht. Das ist reine Zockerei. Wirklich nur das Geld, wo ihr wisst, okay, ich gehe damit rein und weiß, es ist eventuell weg. Und sobald ihr vielleicht ein X damit gemacht habt, nehmt eure Profite raus oder nehmt euren Entry raus. Und dann zockt nur noch mit dem Geld, was ihr gewonnen habt im Endeffekt. Aber das Risiko ist einfach zu dramatisch. Wir hatten hier eine Supply von 6,5 Trillionen oder Billionen. Ja, das ist einfach kein Wunder, dass der Kurs da unten bleibt. Dann zwischenzeitlich eine Market Cap von 4 Milliarden schon wieder. Das müsst ihr euch mal geben. Nach der ganzen Scheiße, die da passiert ist im Endeffekt. 4 Milliarden Market Cap. Es gibt genug Leute, die hier wieder reingesprungen sind. Deswegen passt einfach aus. Wir werden mit dieser Supply im Endeffekt, also so viele Coins wieder im Umlauf sind, nie wieder an irgendwelche Höchststände hier nach oben hinkommen. Also es könnte abschminken. Auch das jetzt hier, ja, Luna auf 1 Dollar oder so. Das könnt ihr vergessen mit dieser Market Cap einfach. Aber gut, nur nochmal eine Warnung an mich. Interessant dafür noch, Terrassmöglichkeit zur Stabilisierung. Könnt ihr euch gerne nochmal den Artikel durchlesen. Ist gut geschrieben. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Einen schönen sonnigen Sonntag. Schönes Wetter draußen. Ansonsten, morgen weiß ich noch nicht, ob es ein Update-Video geben wird, weil ich heute Abend in Urlaub gehe, beziehungsweise morgen früh. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich es noch schaffe. Entweder mache ich am Flughafen oder so ein kurzes Update-Video. Schauen wir mal ganz kurz. Auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende noch. Wir hören uns, denke ich, dann trotzdem morgen wieder, auch wenn es nur kurz ist oder eine Telegram-Gruppe. Ansonsten, schönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.